Hey Leute, willkommen zurück bei Borderlands. So, steigen wir gleich wieder ein, damit wir natürlich nicht die neue Quest auswählen können. Ah, nicht Menü. Ich bin gerade total... Ja, ich bin leicht verplant, man merkt's. Schauen wir uns mal an. Was können wir denn hier noch machen? Genau da liegt mein Problem, bla 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 bla. Ja, dann machen wir doch erstmal genau da liegt mein Problem. Dein Problem, mein Problem, unser Problem, jedermanns Problem. Ventile verschließen. Ich weiß nicht. So, wo müssen wir hin? Da oben. Und das Ganze bitte nicht vom Schützenturm aus. Ich fahr schon in die richtige Richtung, oder? Yep. Das sieht nicht so aus, ob ich hier richtig bin. Ich glaube, ich bin vorbeigefahren. Ja, bin ich. Der Eingang hier ist es wahrscheinlich. Hi Leute. Party hard. Ah, ich bin schon wieder vorbeigefahren. Kein Wunder, dass ich gerade eine Granate in ein leeres Lager reingeworfen habe. Haben wir vorhin erst... Go ate it. Dann schmeiß ich diesmal nicht. Ach du Scheiße. Okay, die Viecher sind einfach nur nervig. Schauen wir gleich mal auf der Karte. Okay, dann müssen wir weg hier. Dann rennen wir hier mal weg. Weil die Viecher sind einfach nur nervig. Ist ja auch für ein Level 18 hier. Hallo? Sonst noch was? Oder war es das jetzt? Ich frage mich, warum ihr Granaten mit euch rum... Oh, da hinkommt was. Ich frage mich nur, warum ihr Granaten mit euch rumtragt. Das ist hier die Frage. So. Die nächste ist da unten. Fangen wir da durch? Ja, fahren wir mal immer schnell durch. Okay, hier scheint auch schon aufgeräumt zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Hm. Oh, das ist mir da. Oh, das ist mir da. Was? Hm. Hm. Warum schreit das Vieh schon wieder? Das sollte eigentlich immer noch tot sein. Und jetzt nochmal zurück. Aber wie wir gerade schon festgestellt haben, scheint da oben schon alles tot zu sein. Das scheint eine andere Quest zu sein, die Teile. Ah, Revolver-Schnitzeljagd. Okay. Hier unten lag da auch noch irgendwas. Das ist ja gleich auch. Warte. Ah, Revolver-Aufgabe erfüllt. Das ging schnell. Dabei machen wir die gerade gar nicht. So, da muss ich in den Käfig irgendwie reinkommen. Drin ist zwar einfaches Zeug zum Raushüpfen. Aber... Wo soll ich hochhüpfen, damit ich da hinkomme? Ich denke wahrscheinlich gerade wieder viel zu kompliziert. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das sieht aber gut aus. So ein kleiner versteckter Pfad. Scheiße. Nein, ich habe zu kommen. Ich habe doch... Na, da könnten wir auf den Stein hochkommen. Mit etwas Gespränge. Jetzt können wir gleich schauen, welche Questen wir noch alles haben. Haben wir den Revolver-Quest jetzt auch abgeschlossen? Japp. Dann fehlt noch Geist der Kammer und Straßenkrieger. Ja. Okay. Ich würde sagen, machen wir Geist der Kammer, weil der Straßenkrieger Banditen-Apokalypse ist, glaube ich, die Endquest hier in dem Gebiet. So. Wo müssen wir dafür hin? Okay. Machen wir das doch. Ich finde es schön, dass ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen denken musste und nicht wie bescheuert wieder rumpallern musste. Na, ist aber ein Rumpaller-Spiel also. Okay. Oh. Entschuldigung, dass ich deine Freunde erschossen habe. Dich erschieße ich natürlich gleich mit. Da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist ein Großer. Da war ein Psychopath. War. Beton liegt auf A. Nett. Nehmen wir mal mit. Zum Verkaufen. Ach. Ich glaube, ich sollte draufstehen. Könnte uns wehtun. Okay. Creepy. Ganzes Licht wird grün. Okay. ok ich lass noch mal ein bisschen munition aufladen das waren jetzt gerade ein bisschen viele auf einmal versteckt ihr was von mir anscheinend ok irgendwie so aus als ob ich gleich warum fangen jetzt an zu brennen warum drehen die sich? warum brennen und drehen die sich? wollte mich verarschen scheiß doch die wand an ok sie haben nur ein starkes schild the fuck waren das alle? denke so scheiße oh zum glück haben die nur ein starkes schild doch doch so jetzt machen wir es aber wirklich skorpion geschützt soll mehr schaden kriegen für Beute ist immer Platz oh süß die Tage dieses Dings sind gezählt für Beute ist immer Platz voll macht auch klar so was kann man rausschmeißen ach das ist diesen Billig Rocket Launcher kann man rausschmeißen ohne Probleme ach die Waffe war das der Inventar Artefakt ok geisterkamera Explosivschaden für Skorpion geschätzt das ist super wollen wir das gleich einsetzen? ich denke das setzen wir gleich ein ne? Brandbolzen Level 1 ach habe ich die anderen ich habe doch noch so ich was was Warte fuck oh das sollte man schon anwenden dann haben wir auch mehr Platz so Explosivbolzen sind wir schon auf Level 2 ja dann lassen wir doch Explosiv drin ok jetzt müssen wir nur noch hier wieder rauskommen halt auf zu brennen und so creepy zu sein mal ganz im Ernst das finde ich nicht cool oh da könnte ich ja gleich Outlast spielen best noch mit Webcam damit sich alle drüber lustig machen können wie wie ich mich da verschreck ah da können wir jedenfalls ein bisschen was verkaufen jedenfalls etwas kann nicht mal diese bedrohende Musik aufhören anscheinend ja nicht ok was habe ich jetzt eigentlich gesagt was ich nur zum also das kann man jetzt auf jeden Fall verkaufen die können wir glaube ich beide verkaufen die können wir glaube ich hm weiß ich nicht ich glaube schon dass man die auch verkaufen kann dann haben wir jetzt mal auf jeden Fall ein bisschen das sind alles Soldaten-Mods naja das können wir weghauen grünes pff pff grün grüner wie langweilig ist denn das so wieder zurück an die Oberfläche die liegen auch nicht verkehrt aber eigentlich wird das Licht ein bisschen liebevoller nicht mehr so bedrohlich was ist das für ein Knopf achso das falls man unten stirbt und den aufzug aufhören muss so machen wir zum abgeben kann nicht mehr mein Herz sitzt irgendwo in der Hose ich muss mich doch nicht so verschrecken so auf zum schwarzen Brett wenn es ihn kriegt haben wir erledigt genau da liegt mein Problem haben wir erledigt Schnitzeljagd für Revolver haben wir erledigt die Todesstrecke von Bordora haben wir erledigt oh Raketenwerfer keine mehr keine Questen mehr da wie sieht es hier aus nur noch ja dass die Questen mit mir rauskommen aber ich würde sagen die machen wir nächste Folge ich hoffe die Folge hat euch gefallen wenn sie euch gefallen hat lasst ein Like da schreibt ein Kommi wenn ihr noch mehr so einen Schwachsinn sehen wollt dann abonniert mich so long euer Sergeant Chaos zum Findetels oh 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 ja oh 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 oh